Musik Hallo liebe Leute, herzlich willkommen in Kirchberg an der Pilach auf der Stockschützenanlage. Ich möchte euch ein bisschen was über Stockschießen erzählen. Musik Musik Stockschießen kann von jedem Betrieben werden, vom Kleinkind bis zum Urgroßvater. Das ist ein Sport, der leicht zu mehr lernen ist. Innerhalb von kurzer Zeit kann man die Grundbegriffe lernen und es macht riesen Spaß den Stocksport auszuüben. Es wird im Winter gekocht und ausgekocht und Getränke ausgeschenkt. Es ist immer viel Spaß und immer sehr lustig den Sport zu betreiben. Der Stock besteht aus drei Teilen. Das ist der Stiel, der Stockkörper und die Laufsohle. Die Laufsohle wird mit dem Stiel, mit dem Stockkörper verschraubt und damit ist das Gerät fertig. Das ist eh langsam, die sind da mitten drin und das ist ganz auch langsam. Es macht riesen Spaß diesen Sport auszuüben. Die Laufsohle wird mit dem System auszuüben.